Heute zeige ich dir, wie du so eine Steinpyramide bauen kannst und was für Vorteile sie für deinen Garten bietet. Der größte Vorteil ist, dass die Insekten einen Lebensraum bietet, die deinen Garten vor Schädlingen schützen. Wie schafft sie das? In den kleinen Ritzen zwischen den Steinen können sich zum Beispiel Erdhummeln einnisten. Einen zweiten Vorteil gibt es, wenn du deine Steinpyramide in die Sonne stellst. Dann kann sie nämlich die Wärmeenergie der Sonne über den Tag speichern und in der Nacht abstrahlen, was deine Pflanzen beim Wachstum unterstützt. Der Bau ist dabei recht simpel. Als allererstes brauchen wir Steine. Wir haben Natursteine genommen, du kannst aber auch Ziegel nehmen. Diese legen wir so eng es geht nebeneinander auf eine Fläche, dann füllen wir die Ritzen mit feuchtem Lehm und schichten danach Stein um Stein die Pyramide bis nach oben hoch.